Weiter geht's, Loose Parade Heldenliga. Verflucht ist toll. Ich könnte hier... Komm. Möge Elun uns Stärke gewähren. Ich bin bereit. Der Kreuz zu hoch. Peter, leute meinen Pfad. Ich range jetzt ein bisschen. So. Bereit für den Kampf! Ja. Coole Gruppe haben wir da. Murky, Leoric, Waller, Malfurium, Muradin. Zwei Tanks, ein Murky, ein Malfurium und eine Waller. Gegen Karasim, Joanna, Rainer, Nova, Jaina. Jo. Zwei Zweiergruppen, die haben sich gedacht, oh, da nehme ich Nova, wenn der Morki nimmt. Oh, oh, ich bin sowieso immer Rainer, weil Rainer ist OP. Und, äh... Jaina hat sich gedacht, ich bin hier, um zu helfen. Gucken wir mal. Legbrain! So. Ihr werdet beschuldigt verraten, Kandoras begangen zu haben. Wie bekennt ihr euch? So. Der Kampf beginnt in... 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Stürzt euch in die Schlacht. Truft, schlank! Also, der Wunsch war, dass ich das erste Tribut nicht mitmache, sondern soke. Das mache ich natürlich sehr, sehr gern. Wow, you can do it, wow. Wow, you can do it, you can do it. Hallo, Joanna. Baby, oh, Joanna, give me. Ach, ist das schön gegen Joanna. Ach, ist das schön. Ich hoffe, das bleibt so. Joanna, er greift die Flucht, Joanna. 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 Sehr schön. Sehr schön. Also, was die Lane-Gedöns hier angeht, das ist schon mal ein sehr angenehmes. Ich pushe die Joanna schon mal nach Hause, ne? So sieht's aus. Monkey Time. Ja, ich habe natürlich jetzt Blocken geskillt, ne? Aus Verzweiflung heraus, weil der Gegner natürlich Nova hat. Aber ich hoffe, dass er zu einem... Oh, Nova ist hier gut, aber eigentlich kann ich die gar nicht spielen, ist. Dann kehr ich nämlich nicht besonders. Oh. Komm, Joanna. Na, noch nicht mit deiner Lane fertig? Hausaufgabe noch nicht gemacht, hä? Ja. Komm mal, Joanna. Ich bin schon wieder am Start. Oh. 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 Ach so, der hat einfach nur gewusst, dass er auf Tribut kommt. Okay. Okay. Ich wusste ja nicht, dass ihr denen das schenken wollt. Okay. Hallo, ich bin Moradin. Ich mach weiter Lins. Okay. Jaina kommt zu mir. Das ist sehr angenehm, dass ihr die Jaina dafür runtergeschickt habt. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Ja. Später Einsatz. Spät, spät, spät. Spät, 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 spät. Ihr habt die Wahl. Ihr habt die Wahl. Hallo, Jaina. Na? Och, bleib doch ein bisschen. Bleib doch ein bisschen hier. Hä? Was ist los, Jaina? Hm? 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 Keine Sorge, Geist. Ich spawn direkt wieder hier. Haben wir das Ding? Wir haben das Ding. Okay. 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 Tschüss, Ballad. Tschüüüü. Halt mir den Mut. Ich verlange den Mut. Ach, ich werde irre davon. So. Keiner auf der Toplane. Dann gehe ich da jetzt mal hin. Einer muss ja, ne. Einer muss, aber dann ist Schluss. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend für die Bote zahlt? Sieben Sekunden. In der Zeit kriege ich die Lame weg. Zack. Joana ist da zum Soaken. Das ist natürlich nicht so cool. Ähm. Hier stelle ich mal mein Ei hin. Joa. Walla for free, ne? Walla for free. Ja, da kannst nichts machen, ne? So hart gefailt ist. Ach, der Kampf geht noch? Ne. Haben die. Sag ich doch. Arctograb. Ja, das habe ich auch gesehen. Der Tribut war. Ich bin eurer lächerlichen Streiterein überdürftig. Das war nicht die Echte. Der Tribut und erringt meine Gunst. Alter. Leute, es ist Tribut. Kippen. Ich verfluche euch. Ich verfluche euch. Wofür bitte nehme ich Murkey? Keiner top. Keiner bot. Junge. Okay, Rainer. Du willst es, ja? Du willst es. Okay. Gar kein Problem. Können wir machen. Ja, dann komm. Dann laufen wir jetzt nicht weg. Junge, Junge, Junge. Ja, Walla for free. Ja, das ist ja echt einfach, den Level-Vorteil aufrechtzuerhalten gegen die Platzhörsche hier. Na klar. Die Abklingzeit. Okay. Okay. Jo, Boss-Time. Warum pushen die zu viert, Bot? Check ich nicht. Schon wieder mal ein Eye-Down, ne? Keiner Death-Top. Na, okay. Aber als Morki kann ich auch nicht Boss-Deffen, Alter. Also, ehrlich nicht. Ja, dann rennt der Boss halt alles ein. Oh, Mann. Ja, die Walla hat viel zu früh schon angefangen zu feaden. Äh, ich weiß nicht. Ich muss zurückweichen. Ich raste aus. Alter, ich hab Morki schon auf Rang 11 gespielt und da hat's geklappt, Mann. Und jetzt spielen wir hier auf Rang 20 und es geht nix, Alter. Kann doch nicht sein. Kann echt nicht sein. Dankeschön. Nova for free. Der Rest ist Afka. Komm. Wenn ich jetzt wüsste, ihr macht Damage, dann könnte ich den graben jetzt hier. Komm. Ich mach's einfach mal. Ja, mein Furium-Heal merkst du auch einfach nix von. Das ist so, als gehst du zum Brunnen. Du siehst, irgendwann, hier krieg ich ein Heal over time, aber... Ja, der Boss rennt uns alles ein, okay. Oh mein Gott. Na, ich versuch mal zu deathen, vielleicht geht das ja. Normalerweise müssten wir jetzt gleich richtig abgehen. Wir haben Leoric, der schnell spawnt, wir haben Morki, der instant da ist und wie geh ich denn da, die spawnen 1000 Jahre. Aber wenn unsere Leute natürlich wieder nur tot sind, wie in dem einen Morki-Spiel, dann bringt das halt nix, ne? Wenn die Mates nur tot sind. Und die Waller, die fordert das schon wieder heraus hier, ne? Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügt wird? Ich bin die kleine Waller, ich mach allein ein Game. Hol mich, Nova, hol mich. Aber die Nova hab ich gerade abgeholt, ne? Das heißt, die wird sich jetzt schon mal ärgern wegen Energie sammeln. Hä, was war das denn, Junge? Ich hab doch da hingeklickt, Alter, hier. Und ich renn übelst in das Ding rein. Ja, Waller for free, jedes Mal. Ja, okay, da brauch ich nicht rein zu laufen. Tschüss. Tschüss. Nichts gebacken hier. Echt gar nichts gebacken hier. Das ist so krass. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zeugt mir Tribut und erringt meine Gunst. Nova hat den Schuss schon mal rausgehauen für mich. Okay, ich bin tot. Richtig geil. Davon ab, haben wir überhaupt einen Heiler für unsere Waller? Ach ja, der Malfour, der rennt hier rum. Oh, jetzt macht sich's langsam bezahlt. Ich bin zum Chasen da, hier. Meine Gunst gehört euch, Helden. Das Schicksal eurer Feinde ist besiegt. Jetzt kommt der Morki-Comeback. Ich bin zum Chasen da, ich bin zum Chasen da, ich bin zum Chasen. Ich bin zum Chasen da, ich bin zum Chasen. So, jetzt kommen wir langsam in die Phase, wo sich Morki-Leoric bezahlt macht. Ist dir nun jetzt zu schmerzend? Ist dir nun jetzt zu schmerzend? Waller natürlich, war ja klar. Ich meine, ich habe nicht gesehen, was sie vorher gerissen hat, aber Waller ist halt immer tot. War ja. Was ist das? Nein! Ja, ich meine, ist ja nicht schlimm, dass ich tot bin, aber... Ah, ich hätte echt erwartet, dass... Wieso ist der tot? Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal geht? Schön. Alter! What?! Nein! Ach, Dreck! Ach, Mann, dass man auch immer so krass im Zugzwang ist, weil alle immer platt sind, ey! Junge, 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 Junge! Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen! Oh, vielleicht sind die Gegner sogar da... Oh! 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 Ehebt mir Tribut oder steppt Euch meinem Fluch! Ihr habt die Wahl. Nein, 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 nein Nein, 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 nein Pfff. Geil. Immerhin. Geil. 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 Schönes Wetter. Ja. Hallo. Tschüss. Mein Fluch lastet auf euch Helden. Werdet ihr ihn überleben? So ein... Boah. Wie kann man nur so einen Luck haben die ganze Zeit? Ich reg mich jetzt schon wieder auf. Obwohl es gar nicht berechtigt ist. Ja. Ja. Das sollt mehr. Ja. 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 Geil. Was soll ich sagen. Geile Runde. Ja. Geil. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ja. Rang 16, langes Zehr. Stats. Joa, Vala hat gut reingefeedet, würde ich sagen, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann dazu nichts mehr sagen, weil ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es einfach nicht.